Hä? Okay, also ich bin in meiner Fabrik. Ich glaube, das passt mehr in dein Haus ran. Ich bin aber in deiner Fabrik, ich möchte es zuvor schon mal sehen. Hm? Ich würde es gerne zuvor schon mal sehen, was du meinst. Ich muss mich verstecken, ich glaube, dass es nichts Gutes ist, ich kann ihn ja schon stecken. Irgendwie hast du den Eingang für deine Fabrik ungünstig gewählt. Warum? In deiner Fabrik steht ein Creeper und ein Zombie. In meiner Fabrik? Oh, ja, ja, unten, unten drunter, da ist eine Höhle. Land da, hinten in der Ecke. Hä? Wie kommt denn der da hin? Da ist sogar eine Fackel dran. Was ist denn das? Eichenholztisch. Ah, der, mir richtig cool. Ich werde die Lampe nicht abbauen. Naja. Hatte ich wie er renntet, ja. Am Rennen wäre eigentlich nicht. Cool, danke. Achs. Was denn? Hilfe! Da habe ich mir Philipp versehentlich geköpft. Ist der Kopf vom Philipp? Ja, mein Schwert hat nämlich eine ziemlich hohe Chance zum Köpfen. Und der hat mich geköpft. Ja, passiert, passiert. Unabsichtlich. Passiert. Da kann man nichts machen. Es ist natürlich schwer, wenn der zu der Hand fällt. Ich schwebe meinen Kopf ab. Darf ich deinen Kopf wegschmeißen? Nein, der muss auch kein Kör. Also nicht einfach in den Müll damit. Ich hause Regen. In der Version kann man Regen nicht der einzigen Glase stellen. Ich habe ihn jetzt trotzdem mal in den Müll. Oh, nee. Jetzt ist der Kopf in den Müll. Na, komm auf. So, äh, nein, da wollte ich doch gar nicht. Da ist eh nichts drin, Philipp. Ja gut, so wollte ich das jetzt gerade nicht ausdrücken, aber ja. Ähm. Was ich als nächstes auch ein bisschen machen will, ist mal Richtung Bücher gehen und mir, äh, die eine Welt, die kotzt mich an, da ist, man können, wir können es ja mal schnell zusammen schauen. Das dauert hier eh noch ein Stückchen. Es ist einfach mitten in der Query unterirdisch gewesen. Ich habe oben dann erst wieder einen Rappel gekriegt mit den ganzen Lava, aber nein, unterirdisch. Guckt mal, ein Ölsee. Das hat die Query hier natürlich wieder nicht abgebaut. Naja. Hat trotzdem ordentlich geleistet. Aber wir machen uns dann mal Neues. Ähm. Neue Welt, wenn wir es das nächste Mal aufstellen. Wir haben jetzt eh ein bisschen Rohstoffe. Wir haben ja sogar noch gar nicht ganz ausgeplündert. Ich brauche halt noch ein bisschen Elektrum hier. Ich habe, ah, guck mal, ich habe sogar noch ein wenig pulverisiertes Gold. Ja gut, jetzt habe ich ein bisschen Elektrum. Ein bisschen Elektrum habe ich. Muss ich mal da hergucken. Oh, guck mal, meine Redstone-Zellen sind fertig. Ja. Oh, guck mal. 16, äh, 16 Zellen. Und 16, äh, oh, fuck. Mein Inventar ist voll. Mein Inventar ist voll. So. Das reicht auf jeden Fall hier. 100 Millionen RF zum Zwischenspeichern. Dafür vorne reicht das locker. So, jetzt brauchen wir aber auch erst einmal eine normale Energie. Ach, da stand ja sogar schon Energie drin. Eine Energiezelle. Philipp, welche hast du dir gemacht? Welche Parten? So. Welchen kann ich machen? Schauen wir mal her. Oh, das ist auf der zweiten Seite. Auf der zweiten. Und hier, die müssen wir als nächstes machen, da her. Ja, du magst. Da brauchen wir einfach nur so ein so ein Gerzglas und ein bisschen Elektrum. Und dann können wir das schon herstellen. Die Bodies eigentlich. Schauen wir mal her, wie schön das geht. Und, oh, haben wir gleich ein paar gemacht. Hier ist auch noch ein bisschen Elektrum drin. Oh, das kann ja auch das paar drücken. Und hat mir gedacht, heute ein wenig machen wir mal nur ein bisschen auf Bayerisch hier weiter. Ist doch auch mal ein wenig was Schönes. Oh, jetzt habe ich zwar pulverisiertes Gold, aber ich habe kein Silber mehr. Oh, da muss ich noch ein wenig Silber rein tun. Wo bist du? Jetzt tun wir auch wieder auf die Eier. Damit schaue ich die Pulverreiser sich ein wenig auf die Eier. Wir werden eh gebrauchen als Parktor. Und hier auch. Da schmeiße ich jetzt ein Energy-Konduits rein hier. Dann haben wir schon die Kabel. Den Kabelsalat haben wir wieder, ey. So, ja, Obsidian. Schauen wir mal weiter. Redstone. Habe ich zum Glück vorhin ganz viel mitgenommen. Das werden wir ganz viel brauchen, nämlich. Da ist nämlich schon wieder nichts mehr drin. Ich möchte diesmal auch nicht zu viel aufnehmen. Weil es hat Gründe. Sagen wir es so. Ich bin verdammt weit mit dem Aufnehmen gerade. So weit war ich übrigens wirklich mit keinem Projekt, wie ich jetzt mit diesem Projekt bin mit dem Aufnehmen. Hat das was zu bedeuten? Kann mir das einer sagen? Ja. Welche Farben von Portalen hat die? Pink und Blau. Meiner hat Gelb und Rot. Rockstunner? Meine ist weg. Die habe ich ins ME rein und die ist weg. Also, ach ja, ich habe im Offscreen eine Query bei mir Stungeon abgebaut. Weil ich ja geschaut habe und habe eine Bordelgun gehabt. Aber die war dann irgendwie, ich weiß nicht, die ist weg. Ja, guckst du, keine Bordelgun mehr. Magst du das sicher, wie man Blöcke bewegt, oder? Da war ich irgendwie ein bisschen angepisst. Du weißt sicher, wie man Blöcke bewegt, oder? Wie Blöcke bewegt. Du kannst mit einer Bordelgun Blöcke bewegen. Da kannst du einen Spawner zum Beispiel klauen und sowas. Das kannst du mit einer Dolly. Ja, aber es war halt mit der Bordelgun jetzt das Beispiel, weil du es dir gerade in der Hand hast. Oh, ich habe kein Redstone mehr. Jetzt muss ich mein Chatpack aufladen. Chatpack, naht auf. So, ich würde gerne mal in mein anderes Spiel gucken, aber ich habe nicht gerade nebenbei so ein Spiel gerade mit offen. Ähm, aber mein Problemchen dran ist, dann verliert Fox den Fokus. Ah, 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 ah. Was macht ihr? Er hat ein Portal in mich gesetzt und ich bin die ganze Zeit nicht hergeflogen. Ist doch cool. Ja, Philipp, wir müssen das Ritual vorbereiten. Ja, was? Nein, müsst ihr nicht. Eine schöne Fläche, da kann man... Wir machen das am besten in einer anderen Welt. Ja, ja. Ein bisschen Explosion. Ein bisschen Explosion. Stimmt, äh... Ein bisschen Explosion, ein bisschen viele Mobs, die spawnen. Ja, mir schwer, weil es alles vorne hinzumachen. Eigentlich nur mal so. Ja, gut, aber wenn dann 50 Creeper um dich rumstehen oder so, es kommt halt immer darauf an, wie viele Mobs. Ja, wir können ja nicht in den Nuke einfach unten drunter bauen. Ja. Am besten noch in der Welt. Und die zündet man da schon. Ja, am besten in der Welt. Am besten in Crocs-Reaktoren. Ja. Ne, wir dürfen keine Böcke über unserem Dach haben. Wir müssen das Dach einreißen. Ja, wir können es ja auf sein. Wir können ja den Rotor haben. So, jetzt muss ich aber mal einen Redstone holen von der Kavit dahinten. Ich habe schon die Kuh, das Mob zum Töten. Okay. Hast du das Single-Use Safari-Net oder ein? Ja, ja, Single-Use. Jetzt muss ich noch mal da hinten gehen. Achso, ich muss jetzt... Komm, du mal ein bisschen holen. Nebenbei mache ich mir mal mein Trinken ein. Nein, lass es jetzt. Komm. Mach hier, warte mal. Oh, ist das kalt, ist das kalt, ist das kalt. Ich könnte jetzt ein Portal löschen. Nein, das brauche ich zumindest. Ich hätte gerne eine Bitte an euch. Habt ihr noch von dem blauen Crystal-Zeug was? Oder, äh, Jamer, kennst du... Du hast doch schon so ein Portal gebaut. Kannst du es mir auch gerne erklären? Wie geht denn das einigermaßen, das Portal? Einfach wie ein normales Niva-Portal aufbauen und so ein Puckdingsbombs dran, gell? Du kannst es so groß machen, wie du willst, so wie ich es gelesen habe. Und wo du das Buch reingibst, dort sind einfach nur acht. So wie wenn du eine Kiste machst. Okay, das ist ja dann ganz cool, weil dann würde ich nämlich unten auch ein bisschen das umbauen, wo wir jetzt die Bücher stehen, sondern es nur noch über Portale machen. Das ist bestimmt auch ganz cool. Habe ich hier das ganze Redstone? Nein, ich habe es noch nicht rausgesnackt. Wusste ich doch. Hier ist noch Redstone drin. Soll ich da die Play-Starts hingeben? Schmeiß es einfach mal ins ME. Okay. Weil ich... Muss erstmal hier... Ich bin gerade hinten bei der Query. Ich glaube, ich nehme auch gleich Kack-Teen mit. Die Kack-Teen nehme ich mit. Kacktussen. Kacktussen, ja. Nein, Kacktussen. Wer war... Philipp, das hast doch du aus Versehen letztens gesagt, oder? Ja, ich habe das letztens aus Versehen gesagt. Er braucht Kacktussen, ja. Das sind schon immer diese Kacktussen, die... Philipp, der Modliber hat zu einem aus unserer Klasse gesagt, dass er eine Kampfgelse ist. Und ich habe ihn gefragt, ob er das zu dir öfters sagt, weil du dich online so gnaunt hast. Nee. So. Da der Fahrer war. Dann fliege ich mal wieder heim. Ja. Ich habe ein bisschen Redstone geholt. So. Danke, kommen wir gerne in den Query-Loch wieder. Dann können wir uns unter dem Bedrock bauen, Philipp. Cool. Ah nein, das muss ja auf Dörd stehen, scheiße. Egal, ich habe hier Dörd dabei. Und wenn ich das jetzt habe, mache ich erstmal hier hinten den Reaktor weg und alles, lege mal ein schönes Kabelchen. Und ich will ein bisschen aus dem kleinen Dörf hier eine kleine Stadt machen, so mit ein paar Wegen und Straßen und sowas. Ein bisschen Beleuchtung und so. Brauchst du? Nee, mach es da oben. Es gibt doch den Weg der Straße, heißt, da rennst du extremst schnell drauf. Soll ich den machen? Ja, ich weiß nicht, das ist Asphalt. Ja, ich habe mir überlegt, vielleicht nur noch ein bisschen klassisch Minecraft, dass ich vielleicht Stein nehme oder irgend sowas. Philipp, die Welt hat keinen Mond, das wird bitter. Das ist was? Ja, wir brauchen Vollmond. Ja, nicht Vollmond, aber Mitternacht. Oh. Okay, andere Welt wieder. Ja, mein Mann. Tja, musst du den Befehl im Time Set Night ein... Ich muss den Tee ausgetestet haben, Philipp. Musst du halt die Zeit setzen. Ach nee, du... Das ist schon weit genug weg, das ist eine Flusszeit weit weg. Ja. Das ist die Tee, was super. Vox, du bist einverstanden. Ja, passt. Womit? Womit, Jungs? In einer sicheren Entfernung eine nukleare Explosion zünden. Nein. Da wollte ich gerade mal ein Portal setzen. Weil ich kenne seine sichere Entfernung. Ich kenne von der Charma die sichere Entfernung. Nein. Auf keinen Fall. Es ist eine nukleare Mob Explosion. Also ich habe richtig viel gehärtetes Glas gerade. Das ist richtig schön. Da kann ich mal gleich ein paar Kabel aufs Vorrat herstellen. Theoretisch. Okay, Philipp, komm mit. Mitternacht ist gleich. Philipp, renn! Ja, ich muss mir eine Horspinne mitnehmen. Womit, schnell! Und ganz hoch oben runterfallen lassen. Wie schnell! Sooo. Aua. Wurde sechs Skelette auf auf mich zum Schießen. Ist genug Abstand. Halt die Viecher von uns. Stell, mach das Ritual. Stell! Mach drauf! Ich habe irgendwie Angst, dass hier... Wow, es fängt Squidder an. Martin! Martin! Ich würde gerne wissen, was euer sicherer Abstand ist gerade. 400 Meter wie meine Query vielleicht? Bau die Erde ab! Oh, wir haben keinen Silk-Touch! Irgendwie will ich es gerade nicht wissen. Also wenn die Kabel nicht reichen, dann ohne Scheiß, dann fresse ich einen Besen. Wenn die Kabel, die werden lange reichen, die ich jetzt ja herstelle. Die müssen lange reichen. Naja, Mobs werden nebenbei auf dem Dings gebufft, ne? Oh! Mit Speed, ja, das habe ich gemerkt. Jetzt hat es geruckelt. Die Creeper! Wart, Double Kill! Die Creeper rennt da mit der Alpha Speed. Ja, wir haben keinen Silk-Touch, ne? Leute, ich bin fast tot, merke ich. Alter, machen die viel Schaden. Ja, die gegen Stärke-Buff auch. Wir könnten uns einfach verpissen. Wir haben zwei Herze, ja. Wir können verpissen uns, wir gehen einfach heim. Das verbrennt eher am Tag wieder, es wird wieder zu normaler Erde am Tag. Also musst du aber bis Tag warten, ha? Ich würde gerne mal wissen, wo ihr seid. Das würde ich jetzt auch gerne. Warum nehmt ihr mich dann nicht mit, Mensch? Oh, es hat... Philipp, hast du ein aktives bekommen? Ja. Hast du jetzt ein aktives Siegel? Ja, ich habe ein aktives Siegel. Okay. Weil ich habe keinen Sinn. Und, ja, schaust du. 600 Redstone-Energieleitungen, die ganz guten. Das muss doch reichen. Und ich habe immer noch welche in Produktion. Also wenn das nicht reicht, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. Was, ich habe doch eh ein Ding gesetzt. Weil dann werde ich hier hinten die Produktion auch über mein... Äh, die... Werde ich einfach so freundlich sein und meinen Reaktor dafür stiften. Ich muss halt erstmal irgendwie schauen, dass ich da eine Kabel hinlegen kann. Ich steigere aber nicht in die Luft, oder? Aber... Neee! Das sehen wir. Oh mein Gott. Leute, ich habe eine Trophäe bekommen. Aber die Kabel gehen ja richtig fix, hey. Zum Produzieren. Ja! Krox, der hat meine Lieblingstrophäe. Wehe, du kommst jetzt hier mit einer Creeper-Trophäe an. Wehe! Doch, besser. Wir haben wieder viel Strom, ja. Ja, muss dann machen. Ja. So, ähm... Ich darf vielleicht nicht so schreien. Wir haben schon... Kurz nach... Meine Nachbarn schlafen schon. So, wir brauchen Eisen und Diamanten. Philipp, warum? Ist da nichts drin? Was ist schon wieder ein Redstone? Das ist wieder drin. Äh, äh. Okay, ich glaube, ich habe gerade das gesamte Redstone von einer Query durchgeblasen. Yep. Das gesamte Redstone von der... von der Query hier oben habe ich... Ja. Verbraucht. Nennen wir es so. Verbraucht. Gibt es hier Redstone? Das ist ein Enderman. Enderman. Die Lorien haben nämlich mal mit. Philipp, wir brauchen noch ein Browsing-Table. Jetzt hatte ich schon echt Angst gehabt. Es gibt kein Redstone. Ja, ich habe eine Ender-Perle bekommen. Okay, vielen Dank. Oh, Diamanten.